Ist das ein Symbol der Antifa, das Sie nicht haben wollen? Ich bin am Ende. Die jeden Tag, stärken wir denen die Rücken, die jeden Tag an vielen Orten in diesem Land sich dem rechten Vormarsch entgegenstellen und sagen, danke Antifa. Frau Kollegin Renner, das ist kurz zu mir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin Renner trägt an ihrem Bewehr einen Sticker der Antifa. Ich erteile Ihnen dafür einen Ordnungsruf und behalte mir vor, nach Erörterung des Präsidenten des Deutschen Bundestages weitergehende Ordnungsmaßnahmen, die Sie zu verhängen. Frau Kollegin Kippen, ich erteile Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf für die Zwischenbemerkung. In Ihrem Antrag steht, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sollen sich distanzieren von Strömungen wie der Antifa und ihren Symbolen. Dann bin ich mal losgegangen und habe mal im Netz geguckt, was ist denn da so an Symbolen von der Antifa unterwegs? Da habe ich mich gefragt, ist das ein Symbol der Antifa, das in die Kategorie fällt, die Sie nicht haben wollen? Ist das ein Symbol der Antifa, das Sie nicht haben wollen? Frau Kollegin, bitte! Der Antifa, das Sie nicht haben wollen, ich weiß es nicht, es ist unbestimmt, es steht nicht deutlich in Ihrem Antrag. AfD, eure Kinder werden so wie wir und das ist auch gut so, bunt und vielfältig. Frau ist ja nicht automatisch clever, nur weil sie scheiße aussieht.